Wir stehen jetzt hier mit Silke, eine Kaste, ich soll umgestylt werden, das ist alles Nainas Idee. Ich bin mal gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Wie werden wir denn jetzt starten? Ja, wir gehen mal reingucken, was es so macht. Und ich dachte ja vielleicht so dunkles Blau wäre gut oder Grau. Und da gucken wir mal, was es hier gibt. Ich habe eben schon eine ganz schöne Lederjasse zu sehen. Das ist hier zwar die schwarze, aber die ist glaube ich auch schön. Und so einen dunkelblauen Klupe habt ihr gesehen. Und ja, gucken wir mal, ein Hemd vielleicht noch, ein Württel. Hört sich ja gut an, ich lasse mich dann nochmal raschen. Genau, ich gehe jetzt da eigentlich um, mache jetzt noch mal tauslich und ihr könnt dann raten, wie ich es finde. Denk mir, Raina nehmen wir mit. Die Raina habe ich auch gefunden. Willst du mich, steht da drauf? Nein, wir gehen jetzt, lenken wir nicht ab. Okay, das muss wieder an die Arbeit. Ja, weil ich ja auch so gut daran bin als Frau, oder? Ja, das kann man sogar aufnehmen. So, Glück, bist du bereit? Möchtest du jetzt mal anprobieren? Möchtest du? Bereit für den Wertefest? Komm, dann mal los. Wir versuchen es, dann werde ich mal, ja, wieder gebraucht. Ich denke nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist. Nein, nein, einfach nein. Na gut, ich kann mal auf, was da leid ist. Ja, dann mach mal. Na, Raina, was sagst du jetzt? Ein bisschen. Wollen wir es auch nicht? Auf jeden Fall. Das Urteil, Aina, ist noch am überlegen. Aber ich würde sagen, Hemd, nein. Das ist nicht. Hemd, nein. Und weiter geht's. Das sieht doch mal gut aus. Find ich hier nicht? Poli, ja. Hose, ja. Das ist ein bisschen so gell. Das ist ein bisschen so gell. Das ist ein bisschen so gell. Das ist auch nicht so gell. Ja, das ist ein bisschen so gell. Das ist ein bisschen so gell. Und man hat auch schon eine ganz gute Befugung. Ein bisschen so gell. Das ist ein bisschen so gell. Ein bisschen so gell. Natürlich! Auf Wiedersehen! In Zanderwahn ist doch alles gut! Dankeschön!